Und das nächste Mal ist heute. Heute, heute, heute. Wo waren wir denn? Ach ja genau, ich hatte keinen Schlüssel mehr. Das war ein bisschen blöd. Aber ich hab das hier vergessen. Weil hier konnten wir ja letztes Mal noch gar nichts machen. Nein, wie dumm der rote Nasenpopel ist. Der hat vers... Der auch. Komm, hol mich. Der eine ist in Abgrund gesprungen. Wie blöd. Geil. Nee, von da sind wir gekommen. Dann dürfte da das kleine Kästchen sein. Ja, genau. Was hat mein PC? Eine Zustandsanalyse wird durchgeführt. Alles klar, dann. Mach das. Eigentlich soll man das mit dem Magnet machen, aber... Für was denn? Falscher Knopf. War ja klar. Sprungfader. Sprungfader. Ich will die eine Fledermaus töten, bevor ich hier in Abgrund fliege. Aber ich fliege doch immer in Abgrund. Okay. Also. Auf geht's. Ich hab Angst. Boah, fett. Ein Auge. Huh. Hä? 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 Ich hab Angst versiegt. Aber ich hab nur noch fast keine Herz mehr. Also gut. Rot saugt es an. 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 Nein! Warum kann jetzt nicht Martha kommen und mir einen Trank schenken? Oder verlieren und ich sammel ihn einfach auf? Hm. Das ist mir voll traurig, dass ich in jedem Part zu faile. Eigentlich habe ich, eigentlich kann ich das schon gut. Auch die Bosse, also wo ich gestern vergessen habe zu speichern. Ne, vorgestern war das sogar. Ähm, da bin ich zum Endbus gelaufen. Ohne ein einziges Herz zu verlieren. Und da dachte ich mir, das ist so unglaublich. Aber naja. Da. Aber der Bosse ist auch schwer, das Pumpen. Ja toll, und jetzt geht... Ich will nicht in dem Vieh stehen. Da. 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 Ich finde es schwer. Ja, also deswegen sage ich auch so wenig. Weil ich gerade voll mich konzentrieren muss. Weil mich nämlich die blöde Stachelkugel immer selber trifft. Und dann die kleinen Viecher. Jetzt wird es dann gefährlich. Ich frage mich eins. Aber jetzt ist es auch schon zu spät. Komm, Baby. Komm. Putt, 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 putt. Ein Herz. Vielleicht schaffe ich es doch noch. Das Viech wird verdammt schnell. Hey, du bist voll in die Kugel reingesprungen. Komm, das war mies. Oh, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie meine Hände schwitzen. Ich steigere mich in sowas immer voll rein. Ich bin auch voll verkrampft. Nein. Nein, 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 nein. 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 Okay. Echt, einmal probiere ich es noch. Aber danach ist Schluss. Weil danach habe ich auch keinen Bock mehr. Weil mir geht es gerade selber so auf den Sack. Ich habe keine Ahnung, wie lange der Part schon ist. Oder überhaupt irgendwas. Ich habe gar kein Zeitgefühl mehr, weil ich mich immer so reinsteige. Echt? Normal feile ich nie so. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Nein! Also wenn wir jetzt noch weniger Herzen haben wie vorhin, dann können wir es gleich vergessen. Das sag ich euch mal. Bitte tut da halt mal Herzen rein. Bitte. Nö, einfach nichts ist da drin. Ach, egal. Am Anfang ist er noch recht langsam. Ha, ha, ha. Mehr, du Riesenbonbon. Gutsi. Also bei uns sagt man ja Gutsi. Aber ich weiß nicht. Also. Ich denke, dass nicht so viele Leute aus Bayern kommen. Ich habe noch kein einziges Herz verloren, stimmt's? Irgendeinen musst du doch treffen. Wach nicht so nah bei mir, bitte. Das habe ich nicht gesehen. Da wäre ein Herz gelegen. Oh, 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 oh. Ich weiß nicht. Anziehen oder wegschieben. Also wegschieben ist natürlich sicherer für uns. Aber anziehen, da können wir ja besser zielen. Hm. Das ist natürlich die Frage. Komm her, ich weiß, dass du herkommst. Besiegt. Ich habe es geschafft. Ah, ich habe es geschafft. Was kriegen wir? Ein Feuerblatt. Du erhältst die wohlige Wärme. Ach süß. Eine Essenz der Natur. Milde Tage lassen die jungen Bäume durch wohlige Wärme an Stärke gewinnen. Wohlige Wärme ist doch gut für mich. Im Winter. Oder Herbst. Und für alle Menschen und Tiere. Und der Magoborum schwallt uns mal wieder zu. Oh, Mina. Wohlige Wärme hat mich gestärkt. Im Traum sah ich Mina in weitläufigen Ruinen. Ah, da waren wir schon mal. Vielleicht liegt dort eine weitere Essenz versteckt. Und... Ja, da waren wir schon mal. Könnt ihr euch erinnern? Ich kann mich noch erinnern. Aber... Ich bin gerade schwer am überlegen. Weil ich weiß, dass in dem hier Land, da... Wie auch immer man das jetzt nennen will. Da war mal was. Da konnte man nur hin. Mit diesem... Magnethandschuhen. Und ich weiß aber nicht mehr, wo das war. Aber hier waren irgendwo die Ruinen, glaube ich. Da gehe ich noch hin. War da eh schon Überlänge, denke ich mal. Komm her. Nein. Ein Herzteil. Wie geil. Ich finde es so schade, dass der Trank ist, was er geflogen ist. Aber ein Herzteil. Wie geil. Das ist echt cool. Oh, und da können wir jetzt auch überall hin. Weil wir jetzt schwimmen können. Glaube ich, hier waren irgendwo die Ruinen in der Nähe. Da oben vielleicht? Irgendwo hier. Da, 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 da. Nein, lass mich. Och, da müssen wir jetzt Herbst machen. Irgendwo ist ein Baum. Aber wo? Spindelsumpf-Abkürzung. Spindelsumpf-Abkürzung. Ich will ja eigentlich nicht zum Spindelsumpf. Aber eine Käste, bestimmte Gatscherkern. Oh, ein Nuss. Äh. Ein Ring. Ein Ring. So, jetzt habe ich es. Ne, hier gibt es schon wieder neue Temperaturen. Also neue Jahreszeiten. Ich kann mich doch nicht wehren. Das ist voll unfair. Ich schlag vor. Ich suche einen Baum. Stumpf. Und mach Herbst. Hey, da ist die alte Tussi mit der Fratzenpuppe. Wieso mache ich nochmal Herbst? Ich habe es schon wieder vergessen. Sommer. Herbst. Ah, ich wollte doch nur den Baumstumpf. Äh, nicht den Baumstumpf. Ach, seh mal einer an. Hier gibt es was. Ein Haus. Ein alter Mann. Oh, Hüte, der ist Henson. Ich habe deine Ankunft erwartet. Ich gebe dir dies. Rundjuwelen. Ich glaube, wir haben jetzt... Ne, vier Juwelen waren es, gell? Wir müssen noch das letzte Juwel suchen. Ich glaube, da müssen wir hin. Okay, egal. Wir sehen uns beim alten Mann. Bis nächste Mal wieder. Tschüssi.